der lss ist da in takov ist es angekommen und es bringt einigen bereits einen fps boost bei anderen aber scheint es eher nur das bild zu verschlechtern also wo bringt es was und wo bringt es nichts meine selbst bei mir ist das so dass unter verschiedenen konfigurationen ich entweder ein fps boost bekomme oder nur das bild schlechter wird und die fps sich überhaupt nicht rühren wir haben jetzt schon sehr sehr viele tests gesehen wir haben selber viele tests gemacht so dass wir schon sehr gut sagen können was die ergebnisse sind wo bringt es was unter welcher einstellungen haben wir welche vorteile für wen bringt es was und wie muss man das ganze einstellen damit lss was bringt wir gucken uns das an die lss steht abgekürzt für deep learning super sampling und beschreibt damit eine ki gesteuerte neue render option das heißt das spiel wird über dlss gerendert und ersetzt damit sozusagen die klassische render option eurer grafikkarte bei dieser ki gesteuerten render option werden nicht alle pixel gerendert das heißt wir sparen ganz enorm leistung dadurch dass das rendering sozusagen nur einen teil der pixel und den rest logisch zusammensetzt in video beschreibt dabei diese render funktion als eine funktion die an die native auflösung herankommen das heißt wir erwarten mit dlss ganz wichtig kein besseres bild sondern es kommt heran also wir haben gleich gutes oder ein schlechteres bild in seltenen fällen aber auch ein besseres bild außerdem ganz wichtig ist dass das anti-aliasing ebenfalls in dlss enthalten ist das heißt dass fxia oder was auch immer hier einstellt ist nicht mehr notwendig diese option entfällt weg das heißt hier sparen wir extrem leistung und beziehen sozusagen das anti leasing direkt über diese neue render option im dlss das heißt also dass dlss leistung einspart und wir ressourcen freischalten in der grafikkarte und jetzt kommt der entscheidende punkt ist die grafikkarte nicht ausgelastet also nicht auf anschlag arbeitet sie nicht 100% dann bringt die einsparung der leistung nicht so viel eigentlich gar nichts weil die grafikkarte sowieso noch nicht ausgelastet ist ist die grafikkarte aber hart beanspruchen am anschlag dann kann durch diese leistungsersparnis die grafikkarte an ganz neue limits geführt werden außerdem profitiert diese neue render option davon wie viel sie überhaupt arbeiten muss spielt ihr also in geringen auflösungen die full hd 1080p ist die wirkung von dlss nicht so stark wie wenn ihr in 2k wqhd oder sogar in 4k spielen würdet das heißt das optimale system wäre ein 4k system mit einer maximalen auslastung eurer grafikkarte um maximal von dlss zu profitieren das heißt aber auch dass ein rechner mit full hd auflösung und ausgelasteter grafikkarte ebenfalls von dieser option profitiert genauso wie zum beispiel ein 2k system mit nicht ganz ausgelasteter grafikkarte schauen wir uns die voraussetzungen an die ihr benötigt um dlss zu aktivieren braucht ihr zuallererst mal eine nvidia rtx karte der 20er serie oder eine nvidia rtx karte der 30er serie außerdem solltet ihr unbedingt den neuesten nvidia treiber runtergeladen haben schaut mal bei nvidia experience rein ob wirklich der aktuellste treiber drauf ist weil bei vielen experience versionen der treiber eben nicht automatisch heruntergeladen wird habt ihr diese voraussetzungen erfüllt habt ihr im spiel selbst die nvidia dlss funktion und hier die möglichkeiten quality balance performance und ultra performance zu wählen wenn ihr ein 4k system habt auch das performance menü ist nur da wenn ihr ein 2k system habt das heißt bei full hd habt ihr nur die möglichkeiten für off quality und balanced schalten wir jetzt auf eine dieser optionen sind anti-aliasing und resampling ausgegraut da diese ja auch von dem dlss übernommen werden um hier möglichen fehlern vorzubeugen empfehle ich das vorher manuell zu deaktivieren das heißt anti-aliasing auf aufzustellen und hier darauf zu achten das resampling wirklich auf einfach gestellt ist ihr wisst ja wie das mit bugs und dergleichen ist es sollte zwar deaktiviert werden wenn wir hier auf dlss eingehen aber sicher ist es sicher nehmen wir mein setup als beispiel ich spiele mit einer 30 80 rtx und diese einstellungen hier wer meine meine settings videos kennt der kennt die schnellen auswendig auch alles unten der beschreibung könnt ihr gerne mal gucken auch was post fx und nvidia helligkeit einstellungen angeht jedenfalls das sind die einstellungen die sich sozusagen herauskristallisiert haben die verändern sich auch jeden patch aber damit fahre ich momentan am besten und mit diesen einstellungen habe ich mit aktiviertem dlss egal welches dlss keinen unterschied in den fps mit der tastenkombination steuerung shift und escape alles auf der linken seite eurer tastatur steuerung shift escape bekommt ihr den taskmanager und hier seht ihr die cpu und die gpu auslastung das sind die beiden punkte die uns am meisten interessieren meine gpu auslastung und meine cpu auslastung sind bei laufendem spiel bei circa 60 bis 70 prozent das heißt dass meine gpu bei einer 2k auflösung nicht ausgelastet ist und somit das aktivierte dlss bei mir den einstellungen nichts bringt hier ein beispiel auf reserve mit meinen standardeinstellungen wir sind bei 130 bis 140 fps und im scope bei circa 90 bis 100 fps ohne dlss schalten wir dlss jetzt ein und zwar die performance option erreichen ebenfalls 130 bis 140 fps und im scope modus erreichen wir sogar etwas weniger also statt 90 bis 100 sind jetzt bei circa 80 bis 90 also verlieren hier sogar circa 10 fps mit dlss performance schauen uns dabei noch mal die cpu und gpu auslastung an sehen wir dass die cpu bei 60 prozent und die gpu bei sogar nur 40 prozent ist mit dlss aktiviert und schalten wir das dlss wieder aus sehen wir wie sowohl cpu als vor allem auch die gpu deutlich ansteigt aber dadurch dass die gpu noch so viel luft nach oben hat wir immer noch weit unter 100 prozent sind also gpu ist bei 70 prozent 30 prozent ersparnis die wir verlieren ohne dlss im zweiten beispiel erhöhen wir jetzt unsere grafik auslastung indem wir alles auf maximum stellen wir sehen die die fps auf 95 herabfallen 95 prozent auf 95 fps auf reserve 95 bis 100 die auslastung steigt dabei um weitere 20 prozent die gpu ist jetzt bei knapp 90 prozent auslastung ohne dlss mit fast maximaler einstellung schalten wir dlss performance jetzt ein sehen wir wie die gpu umgehend auf 50 prozent auslastung zurückgeht und die fps steigen und zwar deutlich 10 bis 20 fps einstieg auf reserve hier oben unter dlss performance das heißt dlss funktioniert so wie es soll haben wir eine hohe gpu auslastung und haben wir eine höhere auflösung dann profitieren wir ganz deutlich von dlss es funktioniert alles so wie es soll kommen wir jetzt zu der übersicht und zwar haben viele viele leute sehr 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 viel getestet mit verschiedenen einstellungen verschiedenen systemen verschiedenen dlss option und so weiter und wir kommen zu folgendem ergebnis und zwar full hd hier ist die prämisse habt ihr genug fps aus auf full hd dann lasst dlss ausgeschaltet habt ihr aber probleme seid ihr knapp an den 60 fps oder sogar drunter könnt ihr manche maps nicht spielen dann schaltet der lss ein warum der qualitätsverlust ist auf jeden fall da das heißt ihr habt ihr definitiv ein schlechteres bild sowohl mit quality als auch mit balance aber ihr spart deutlich fps ihr gewinnt fps dazu weil eure grafikkarte absolut am limit ist also hier lohnt sich einzuschalten und zwar definitiv die quality option denn balanced sieht euch noch mehr bildqualität ab was in dem punkt schon sehr sehr viel ist also das ist so ein krasser qualitätsverlust allerdings ist der gewinn durch fps minimal das heißt quality gibt euch ein guter fps minimal weniger nur als balance aber gibt euch das viel bessere bild und somit ist quality definitiv die einstellung wie man bei full hd wählen sollte bei 2k aka wqhd sieht das ganze ein bisschen anders aus und zwar ist hier die quality einstellung im grunnen genommen identisch mit der nicht dlss einstellung also quality ist sozusagen das pendant zu dem was ihr normal spielt das heißt habt ihr keinen unterschied in der fps könnte quality eine option für euch sein wenn ihr zum beispiel von dem anti-aliasing in dlss profitieren was wirklich gut funktioniert oder wenn ihr sagt ich möchte meine grafikkarte entlasten weil die belastung zu hoch ist die lebensqualität lebensdauer steigern von der grafikkarte dann ist das auch eine option hier auf quality zu gehen ist eure grafikkarte aber auch hier in 2k am limit habt ihr problem mit fps möchtet ihr mehr fps haben dann sind balanced und performance die option und auch hier ganz klar balanced die option to go performance gibt euch zwar auch hier minimal mehr fps als balance aber die bildqualität die fällt ins unermessliche durch performance und balanced gibt euch zwar nicht ganz 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 so viel fps wie performance aber die bildqualität ist drastisch besser und somit der perfekte weg um richtig schön fps rauszuholen und gleichzeitig so wenig bildqualität wie möglich zu verlieren also wqhd balanced für mehr fps und quality ist eine option die man nutzen kann um die karte zu ein bisschen zu entlasten oder vielleicht das bessere anti-aliasing zu nutzen und kommen wir zum klassen primos 4k 2160p wer schon mit 4k auflösung spielt der hat hier die option noch von ultra performance und performance und quality und hier ist es eigentlich auch ziemlich deutlich also bei ultra performance leidet die bildqualität extrem das heißt hier verliert es so viel bildqualität dass sich auch hier der unterschied zwischen performance und ultra performance nicht lohnt die zwei dreimal fps also hier auch ganz klar also ganz klar the way to go ist performance performance gibt einen richtig guten fps boost also kaum eine grafikkarte wird bei 4k nicht ausgelastet sein das heißt hier profitiert das system maximal über die grafikkarten entlastung über den fpf boost über performance noch das beste bild mitnehmen also eindeutig performance the way to go also denkt daran euren ein videotreiber zu aktualisieren der beprüft ob der neueste drauf ist check die gpu auslastung also guckt mit steuerung shift und escape ob eure gpu auf 100 prozent ist am limit ist schaut euch eure eigenen einstellungen an ob ihr noch was rausholen könnt schatten texturen hbo ssr und so weiter ob ihr richtig schöne bilder bildqualität noch rausholen könnt ich mache dann die lss an und guckt euch dann in der entsprechenden kategorie eure auflösung die beste option an und testet die mal und guckt ob ihr damit ein bisschen was rausziehen könnt das wäre meine empfehlung um die lss mal richtig zu testen um zu gucken ob es wirklich was bringt man statt es nur mal ein und auszuschalten denkt daran der lss bringt ein paar nachteile mit sich und zwar das ghosting momentan ist ganz extrem besonders in 80 geräte an habt ist es so dass ihr schlieren bildungen habt die waffen die scopes die bilden solche schlieren auch ohne 80 geräte gerade mit 80 geräten ist jetzt gerade sehr sehr krass ich hoffe das wird bald behoben weil das augenscheinlich ein bug ist und denkt noch dran 12.12.15 hat auch so schon performance verbesserung mit sich gebracht also mein system läuft viel viel besser mit dem patch auch ohne dlss so dass man sich überlegen kann ob man dlss ein oder ausschaltet leider muss jeder für sich testen macht euch das einmal die mühe und testet es aus ich sag schon mal schüss und auf wiedersehen macht keinen quatsch bleibt sauber und gesund bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020